Das ist, ich wollte mal in der Feuerstelle gucken. Wie kann ich denn, stehen hier Tee-Rezepte drin. Ich brauche, brauche ich unbedingt die Thermoskanne. Also es bringt nichts, wenn ich hier die Feldflasche nehme, sondern ich brauche eine Thermoskanne. Ich brauche 50 grüne Tee und eine Thermoskanne. Aber die Thermoskanne an sich, langt nicht die Feldflasche oder was? Bärenkonfitüre, Bier, Wein, Brotteig, Biosprintbohrer. Alter. Thermoskanne, Level 25. Hier. Okay, also vorher kann sie nichts machen. Natürlich auch ein bisschen doof, ne? Ist natürlich auch schade. Aber dann lass uns doch lieber Kürbisse machen. Oder irgendwas. Da haben wir noch mehr davon. Da können wir auf jeden Fall noch eine Hose machen. Auf jeden Fall noch eine schöne Hose. Das war so nicht geplant. Eigentlich wollte ich sie zerstören. Genauso. Genauso. Jetzt brauchen wir nur noch Hüße. Fosse. Brauchen wir nur noch der Fosse. Ich kann mal gleich pennen gehen, ne? Eigentlich kann man gleich pennen gehen. So. Rala. Bisher wollte ich mal gucken, wie bei der Schmiede ist. Die schmelzt. Ich sage mal Schmiede. Dabei ist es eine Schmelze. Äh. 20, 40, 60. Da sind noch ein paar Touren, ne? Boah. Alter. Jetzt hat es mich geschüttelt, ey. Ist voll kalt gerade. Stücke und Knochen. Ich habe die nicht gesehen. Ich habe die nicht gesehen und habe sie einfach weggemacht. Gott. Ich bin so ein Pro-Killer, ey. Dumm haben das Glück. Die Dummen haben das Glück. Ich sage es euch. So. Das Problem wird jetzt allerdings sein, dass wie gesagt kein Eisen wahrscheinlich danach wächst und wir in eine andere Hülle gehen müssen. Das wäre jetzt auch nicht so tragisch. Also wie gesagt, Stöcke brauchen wir, ne? So. Stöcke, Stöcke, Stöcke. Und dann können wir beide machen. Was habe ich jetzt die Bären eingesammelt? So. Ich kann ruhig noch ein paar mehr Tierchen. Ich kann Schmerz mit. Vielleicht jetzt nicht unbedingt hier das große braune Tierchen. Aber der Rest wäre mir schon willkommen. Also hier haben wir anscheinend die Vegetation so weggemacht, dass die Wölfe keinen Bock mehr haben hier rum zu gammeln. Die haben wohl aufgegeben hier oben. Weil hier oben war vorhin nämlich immer sonst immer ein Wolf. Aber der hat wohl keinen Bock mehr, der Wolf. Der hat keinen Bock mehr. So. Kriegen wir dich? Ne. Kriegen wir nicht. Oder? Ah, das wäre es jetzt gewesen. Haue, haue, haue. Aber warum ist der weggerannt? Wegen dir. Wegen dir, Freund, Blase. Nur wegen dir. Ganz gute Augen, jetzt, ne? Unangenehm. Sehr unangenehm. Sehr unangenehm. So, Knöchli. Dann Repair. Acht. Consume Stack. Ja. Oh, da geht die wilde Reise. Alter, hast du mich jetzt erschreckt. Hast du mich jetzt erschreckt? Du bist ja ganz da unten. Das ist ja auch so ein Witz manchmal, ne? Hä? Ich denke, die Pfeile rum. Nein. Über meinen Pfeil. Über meinen Pfeil. Ist ja wohl ein Witz, ey. Kann halt nicht. Nix wird einem hier gegönnt, meine ich. So. Nichtsdestotrotz. Machen wir das Fleisch der Himmler auf dem Grill. Man kann es ja mal ausprobieren. Hätte ja funktionieren können. Es hätte ja funktionieren können. Und dann können wir gleich wieder in die Höhle gehen und nach Eisen. Also ich habe gewusst, dass das ja nervig wird. Aber das ist ja schon schwierig. Dann frage ich mich, was wir dann im Eis alles holen müssen. Oh Gott. 20, 40, 60, 80, 100 haben wir jetzt erst und wir brauchen 300. I fucked up. I fucked up. Hey, hey. Allein heute. Dizzy. Hi, servus. Ja, ja. Der Nordrumpf muss heute arbeiten. Äh. Morgen erst. Morgen erst. Der muss heute noch arbeiten. Heute noch und dann hat er Urlaub. Dann hat er es auch geschafft. Deswegen heute ein bisschen alleine. Ist heute ein bisschen ruhiger, aber trotzdem alles nice. So. Fell rein. Leder rein. Wir brauchen noch Fuß. Vor der Fosse. Vor der Fosse. Leder. So. Jetzt haben wir für die Füße. Zack. Jetzt sind wir mal richtig ausgerüstet. Richtig nice. So. Dann können wir. Das heißt, den man tauschen muss. Das hier rein stopfen. Theoretisch können wir da hinten nochmal ein paar Seile machen. Einfach nur, damit wir es gemacht haben. Max 35 Tschüssikowski herstellen. Und bei dir ist uns alles gut, Dizzy? I hope so. So, ab in die Höhle. Gegenstand herrscht. Achso. Nehmen wir noch ein bisschen Stein mit. Zum Bauen. Und dann geht sie los. Das ist unbedingt noch ein Austaus-Skill. Naja, geht's und selbst. Warum geht sowas los? Bei mir geht alles. Bei mir ist alles gut. Bei mir ist alles gut. So, da hinten müssen wir wieder durch, ne? So, mal hier alles ebnen und eine Straße hinbauen. Wie kommen denn die, sie? Okay. Nicht gut. Warum? Ja. Das ist aber nicht schön. So, durchs wilde Fichten-Dickicht hier wieder durchgepastet. Komm, wir nehmen die auch mal ein bisschen mit ein paar Bären. Schadet nix. So, dann gehen wir jetzt nochmal in die eine Höhle rechts. Gucken, ob da... Wie ist... Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Warum? Warum solltest du? Was hast du denn? Du wüsstest jetzt nicht für was. Du wüsstest jetzt nicht für was. Was? Hier ist noch das Gold. Willst du mich rollen? Willst du mich rollen? Vorhin waren sie weg. Jetzt sind sie wieder da. Siehe. Das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Überhaupt keinen Sinn hat das jetzt gemacht. Oh, du bist so... Nimm doch jetzt einfach mal das, was du nehmen sollst. Was ist denn mit dir? Bist du irgendwie blöd? Oder was? Das ist dann gehe ich extra auf den Bogen, dann wirft er das Knochenmesser, der Idiot. Also... Alter, fick dich doch. Hat er jetzt das Knochenmesser hingeworfen? Jetzt ist es weg, ne? Okay, läuft. Das ist so ein Schwachsinn, ey. Ich wüsste gar nicht, warum. Aus welchem Grund? Ist ja jetzt nichts passiert, oder? Oder hat der Stefan wieder rum... rumgemimst? Ne, Eisen gibt's hier nix mehr, das ist eine Kupferbräue nicht. Kupfer bräuchte ich nicht. So. Huch, falscher Knopf. Ah, lass mal die halt mal anders erwischt. So, hier ist noch ein Fleisch drin, das können wir essen. Ah, okay. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, ist aber auch... Ja, mhm. Ja. Trotzdem bescheuert. Aber... Was will ich dazu sagen? Ja, ist... Ist schon ein bisschen bescheuert. Die Reaktion jetzt da drauf. Finde ich. Bisschen übertrieben. Lass mir Gäste den Penny. Ja, genau, hätt's doch gewusst, du. Kleiner, dreckigen. Ich hab dich schon gesehen. Ich hab dich schon gesehen. Ist halt auch abgelegt, die Woche halt. Wie die, hi. Wie B. Und? Friseur alles richtig gemacht? Oder trägst du jetzt die... die Glatze auf? Alle Haare noch dran, hoffe ich. Die noch dran sein sollten. Ali, guter Mann. Sehr gut. Jetzt auch zum Barbier. Ich geh auch mal. Entweder, entweder schneit mir meine Frau. Haare und Bart. Oder der Barbier. Jetzt bewegt er sich gar nicht so. Der kann mich doch gar nicht getroffen haben. Der kann mich nicht getroffen haben. Wenn du hinter dem Ding stehst. Das ist völlig unlogisch, aber... Ist halt so. Was willst du machen? Das ist eigentlich so ein Geschmach, die Lungenentzündung. Von was willst du die kriegen? Ich hab die vorhin auch gekriegt, wo ich jetzt nicht poison war. Es ist doch Bullshit. Du hast... Du hast einen Helm auf. Du atmest diesen Sauerstoff ein. In den ungewandelten Oxy. Und wie willst du da? Eine Lungenentzündung kriegen. Von was? Von was willst du in der Höhle eine Lungenentzündung kriegen? Es kann doch gar nicht passieren. Es kann vom logischen her eigentlich gar nicht passieren. Was ist denn jetzt? Du kleiner, dreckigen... Alter, was ist denn? Alter! Wo kommt denn der jetzt her, ey? Ist der nicht ganz dicht? Kann du hier nicht einfach reinkommen? Der spinnt wohl. Alter. Von daher verstehe ich nicht, woher die Lungenentzündung kommen kann. Dieser kleine Bastardwolf, ey. Was ist mit dem? Der spinnt wohl. Der kommt hier einfach rein und macht hier auf den Dicken, oder was? Ich muss gleich mal Leben hochheilen hier. Der kleine böse Wolf, ey. Komm, Ausdauer. Ich glaube, ich spinne, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kann ja jeder kommen. Die Lungenentzündung ist toll, ja. Die ist total... ...total dämlich und auch völlig für den Arsch. Macht überhaupt keinen Sinn. Mann, guck dir mal die Ausdauer jetzt an. Du hast nichts mehr. Oh, hör mir auf, ey. Dafür will ich nix hören. Dafür will ich nix hören. Kein Plan, was da rauskommt. Aber schönes Weihnachtsgeschenk von Stefan. Ja, ist wirklich, ja. Ist richtig. Schon nice. Schon sehr nice. Aber da können wir ja nächstes Jahr dann nochmal drüber quatschen. Wenn wir uns wieder sehen. Können wir da nochmal genauer drüber sprechen. Weil er war ja allgemein mit der Gesamtsituation jetzt... ...nicht ganz so... ...gan so zufrieden, sage ich jetzt mal. Da lacht er nur, weißt du. Muss ja relativ... ...relativ sauer gewesen sein auf alles, was irgendwie so war. Dann muss ich gleich mal mein Gewicht checken. Ja, da geht noch was. Also der Rucksack ist schon nice. Reparieren. Aber für wen haltet ihr euch eigentlich? Der Typ ist, der Typ ist kernsauer. Aber hast du schon... Ja, das stimmt. Manchmal schon. Ich finde es ja wenigstens schön, dass die Wolfe sich wenigstens ankündigen. Und du dich nicht einfach wunderst, warum du auf einmal tot bist. Alter, ist das eine Riesenhöhle. Ja, komm. Zack, zack, zack und zack. Oh, nochmal. Hä? Ist da noch was? Ah, jetzt. Wir sehen nicht da also. Ist doch ein Witz, ey. Schnell, 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 schnell. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe einfach keinen Bock Auf die scheiße Glück gehabt Und wie ist mein Urlaub besetzen Ich habe bis auf Mittwoch bis jetzt jeden Tag gestreamt Und Ja ganz gut Ganz gut Ja Mit dir war ja heute der letzte Gehe ich davon aus Easy Also mein Urlaub hat bis jetzt gut gestartet Achso ok Hochresondes Dann läuft es ja So wie schaut es aus Hä was steht denn da Ach das ist ein Baum Das sah gerade im Augenwinkel aus wie ein Zombie Alter Falsches Spiel Völlig falsches Spiel Das sah gerade ein bisschen schwierig aus Fand ich Kriege ich davon auch Leben Ne eigentlich nur von Fleisch ne Jetzt müssen wir gleich mal auf den Weg gucken Ja kriege ja nichts von das Ja Hasen finde ich eigentlich ein bisschen traurig die zu jagen Die armen Tierchen Ich meine wir haben jetzt zwar ein bisschen Fleisch einstecken Von den Zwei Wölfen die uns da gerade besucht haben In der Höhle aber Ein bisschen mehr wäre schon nicht schlecht Das kriegt man erst mit einer Trinkflasche Melone Melone Was ist das hier Einfach nur ein Fehler Das ist einfach nur ein Fehler Zack 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 Was ist denn hier mit so einem kleinen schönen Rehchen So ein kleiner Rehbraten Das wird doch was Feines Huch Hat es geruckelt Wahrscheinlich jetzt die drei Nein ich sag es nicht Nein ich sag es nicht Ich sag es einfach nicht Dann passiert es auch nicht Ich sag es einfach nicht Dann passiert es auch nicht Ich lese nicht was du geschrieben hast Nein 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 Habe ich auch gar nicht gemeint Nein Nein Kein Stück Kein Stück Überbrüche ich Fast Ah ja genau da oben rechts Ja genau Nein Also wenn hier jetzt einer auftaucht Dann Dann gehe ich Sag mal hier aus und leg mich ins Bett Und dann war es das für heute Da ist doch mein Zuhause Wo laufe ich den schon wieder lang Aber wenn da jetzt einer um die Ecke kommt Dann mache ich ihn aus und leg mich ins Bett Und dann überlege ich mir Ob ich das Spiel einfach nur noch deinstalliere Das wäre richtig traurig Nein Nein Bleib wo du bist Ist das ein großer Hirsch Ich habe mir übrigens Ein paar neue Klamotten gemacht Ich habe mir Feldklamotten gemacht Wie die Ich habe mir Feldklamotten gemacht Ich habe sie gefunden Ich habe sie gemacht So Schluck trinken Zack Super Die hast du auch Sehr nice So Machen wir gleich noch ein bisschen Fleisch Melone Kann man Melone auch kochen Weiß ich nicht ne Würde aber eigentlich keinen Sinn machen Aber wir lassen es einfach mal drin So Bam 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 20 40 60 80 100 111 111 ist ja nix 111 ist ja nix So Aber die Kohle hält sich ja ewig lang Ey das ist schon mal krass Das ist schon mal krass Warum ist mir eigentlich kalt Wenn ich vor dem Feuer stehe Och was ist denn los Penny Frage für einen Freund So 15 Klein noch ein paar Knochenpfeile Bell können wir hier mit rein Schmeißen Ansonsten Ach hier sind die Für Alter Kühlbehälter Was brauchen wir für die Kochstelle Für die Kochstelle brauchen wir vier Eisenbahnen Überleg mal die einfach mal Für was brauchen wir die Kochstelle Die brauchen wir eigentlich nicht Vor allem ich baue hier jetzt so übelst die Hütte Und dann bringt es mir eh nix Weil ich eh wieder wo ganz anders hinlatschen muss Achso Okay Wie lange drauf warten Dass hier irgendwas kocht Ich könnte mir mal Einfach nochmal Damit ich einen hab Einbauen Das hat sich jetzt auch schon wieder falsch angehört Zack F Und rein mit dir Trinken Haben wir zwar gerade Ist egal Ah Chip Ja Aber wirklich effektiv Muss ich wirklich sagen Irgendwas effektives Können wir die Trophäenwerkbank Als nächstes freischalten Und vielleicht noch hier die Die Wand fucken Aber ansonsten Ansonsten Speer Brauche ich eigentlich so gut wie gar nicht Vielleicht noch die Holzsachen hier Wobei wir auch dann eigentlich eher dann Jetzt als nächstes auf Stein gehen wollen Was ist das hier? Was ist für die Zimmermannsgeschichte Betonmischer brauche ich bald Brauche ich den echt bald Jeder war hier irgendwo hier Alter Aber da muss ich ja erst mal Motz auf Eisen gehen Bevor hier irgendwas läuft Mörser und Stößel Ufer Hatte der jetzt schon in Arbeit aus Oh Vorhin habe ich es gesagt Schaut sehr aus Das ist ja alles Bombe hier Vorhin habe ich gesagt Da könnte auch mal ein paar Bäume umfallen Läuft 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 So muss das Na komm Weil ich halt alles aus Titan will Oh Gott Titan Oh Herr Bin schon froh dass ich mit Steinwerkzeug umgehen kann Echt Max CP ohne Ende Okay na dann Dann habe ich meinen Auftrag verstanden Dann habe ich verstanden Um was es geht Zap 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 Geh mal weg hier Ist hier gar kein Holz mehr Mit Stahl auch 300 XP pro Schlag Okay Ist natürlich Ist natürlich nice 300 XP ist schon ordentlich Ist dreifache von dem hier So Jo Habe ich auch noch massiv Holz drin Herstellen Räutungsbank Hammer Das Hammer Kräuterbank Steinmetz Baumanägel Textilbank Hammer Zimmermannswerkbank Da brauche ich die anderen Nägel für Aber rein theoretisch Ne Ambus habe ich noch nicht Aber ich überlege Ja es macht schon fast Sinn Aber ich brauche halt 300 Eisen für die Für die Geschichte hier zum Zum reinschmeißen Ne 2 4 20 40 60 80 100 20 40 150 erst Ich habe erstmal die Hälfte Die Hälfte an Eisen Was ist denn das da unten Kommt da jetzt ein Bär Oh ich habe das Wort gesagt Oh was ich gerade sehe Was ich gerade sehe Müssen das Ding reparieren So Es hilft alles nichts Wir brauchen noch mehr Eisen Wir brauchen noch mehr Eisen Alles andere macht keinen Sinn Eine Runde Eisen Hohen wir noch Eigentlich wollte ich Heute alles fertig haben Achso Brauchen wir noch extra Überziehen Okay Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.